Hier ist Maria Storm mit dem Bericht eines Skandals des Sheriff Departments, der die Stadt Reno bis ins Mark erschüttert hat. Jemand muss den Abfall entsorgen und ich verspreche den Bürgern von Reno, dass ich dieser jemand sein werde. Mike Powers. Danke. Ich bin Maria Storm von den 10 Uhr Nachrichten im Kanal 10. Ich habe an Sie ein paar Fragen zu den laufenden Untersuchungen gegen Ihr Department. Oh, dazu habe ich nichts zu sagen. Lieutenant, ein paar Fragen müssen Sie mir beantworten. Lieutenant Dengel! Lieutenant Dengel! Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, was hier los ist! Was ist hier mit... Es ist ein Fluchtweg, da dürfen Sie nicht stehen. Das ist zum Flüchten gedacht.